Boah, jetzt ruckelt's hardcore. Boah, da oben sind vier Stück. Hier sind alle Sachen. Weg hier. Ich hau mit der... Da unten waren meine Sachen? Die lagen da. Ich glaub die das schon aufgenommen kann, oder? Nee. Aber wenn, dann ist da verdammt viel weg. Weil kein Schwert mehr dabei, nur noch die Knieschoner. Da ist bestimmt die Hälfte hier runter gefallen, oder? Hier ist noch ein Fire. Achso, ich hab ja auch... Oh, über uns, über uns, über uns. Die sind ganz schön heftig. Ja. Alles klar, er brennt da rum. Zwei Herzen noch. Da ist auf jeden Fall ein Spawner, dann könnte man noch mal da lassen für eine Farm. Toll, wo sind die jetzt meine ganzen Sachen? Damit kann man die heftigste XP-Farm bauen. Mit den Viechern? Ja. Wo sind denn meine Sachen hin? Vielleicht die eine Ebene runter, hier in dem Spalt? Nee, da ist nix. Kann die sein, ey. Na, ich hab auch so nix. Oh oh, hinter uns. Oder war da Feuer zufällig? Nein. Da war Feuer... Nee, Feuer war da... Ja, doch könnte sein. Meinst du, ist verbrannt alles? Ja. Boah, scheiße. Diese Bastarde. Oh man. Wie so nenn ich einen Bastard? Hast du noch so ein Schwert gleich für mich? Ja, ich kann dir so ein Goldschwert geben. Maaah. Die schießen auf dich und treffen natürlich mich. Und von der anderen Seite, hinter uns kommen auch noch welche, ne? Ja, gesehen. Aber nur einer bis jetzt. Hast du das Schwert gesehen? Ja, zwei Herzen habe ich noch. So, wir erstmal hier ein bisschen, ähm... Abwarten. Ein bisschen chillen, ja. Wir müssen diese Viecher killen. Oh oh. Ja, die werden uns eh gleich killen, weil der andere kommt noch immer näher von der anderen Seite. Ach, da hinten. Boah, wie schnell geht der denn bisher ein Goldschwert kaputt? Ist ja lächerlich. Ist hier noch ein Spawner irgendwo? Pass auf, von links. Mann, komm doch oben runter. Das ist von oben, hinter dir, ja. Er hat da nur noch die Knieschone an. Ja. Reicht. Aber so pornös finde ich die Hölle gar nicht. Nee, die ist nicht so geil. Na, du bist es. Oh oh. Gib mir lieber die XP, bei dir lohnt sich das nicht. Was hat denn das für eine? Boah, der ist super läckig. Kann ich jetzt nur in die Fresse hauen. Aber mich mögen die noch. Dann hau da mal drauf. Jetzt mögen die mich nicht mehr. Ja, ist doch nicht schlimm. So ist das. Ich hatte ein Like von denen. Ma. Du wurdest gedisliked. Ma. Aha. Ja, aber wo kamen wir denn überhaupt her? Von da hinten irgendwo, ne? Ja. Also da oben ist das Höllenportal. Siehst wahrscheinlich da nicht, ne? Nö. Natürlich nicht. Es ist viel zu weit weg. Oh, ein Gast. Aha. Aber hier oben müsste eigentlich der Durchgang sein. Rein rechnerisch. Ja, kamen wir da irgendwo her? Ja. Da unten ist ne... Boah! Boah! Hilfe! Hilfe! Nein, ich brenne. Ich bin rückweise in Feuer gelaufen. So ne Scheiße. Krass! Ich hab mich geopfert für dich, Pidda. Ja, hier kommen vier Stück. Hilfe! Ah, sauber. Lenk die ab. Mein Gott. Oh oh, weg hier! Na, bring die um jetzt! Oh, jetzt mögen sie mich nicht mehr. Ja, jawoll. Da ist noch einer. Wo denn? Ne, das war's. Hört sich noch immer so an. Gehen sie noch welche? Soll ich noch welche pullen? Und tot. Voll wie geil. Komm, der hat ja alle runtergesprungen. Es ist aber super ruckelig bei mir, die Hölle. Ja, bei mir aber auch teilweise. Weißt du, was wir ganz dringend brauchen? Eine XP-Farm. Ja, und mal, ähm, was, was auch funktioniert mit Verzaubern, ne? Ja, wär auch schon nice. Ich meine, der Tisch, der da steht, ist ja nicht schlecht, wenn der nicht funktioniert. Ja, der ist voll geil. Da kann man auch Feuerschutz und so machen. Und Defense. Und Wirbelwind. Genau. Wird auch cool. Boah, hardcore. Wir haben jetzt auch wieder so ein super... Ah, hier, komm mal durch. Ah, da, ja. Da ist unser Darmausgang. Ma. Das sah vorher echt mal. Ich hatte mal ein Textur-Package, das sah halt aus wie Gedärme. Bah. War auch cool, irgendwie. Das ist die Hölle. Man wird wieder geboren in so Gedärmen von so einem Fettsack. Bah. Ja. Und der frisst die ganze Zeit nur das, was er nicht mag. Genau. Ein Glas Mayo. Oder sowas. Da ist der Gast wieder. Ja. Boah, ist das ruckelig. Lass mal hier raus. Ja, aber rucki zucki immer. Ich hör den Knall schon und die Diashow. Hast du gesehen? Ich hab den Feuerball mit dem... Oh, Diashow. Mit dem Fall zurückgeschossen? Ja. Das geht ja auch. Krass. Nein. Deine Hilfe. Mögen die mich nicht mehr? Doch, eigentlich schon. Ich war doch weit genug weg. Ach, guck mal wie viele hier sind auch, ey. Boah, ich hoffe die sind nicht mehr aggro. Nee, sind die nicht. Boah. Boah, das wird sich aber lohnen, ne? Lass mich mal in mein Haus. Wenn du die alle drin schlachten würdest. Ich guck mir das mal schön an hier. Ah, jetzt komm her du. Warte, ich schieß einfach einen an vom Weiten. Der Ballert. Ich hab damit gar nichts zu tun. Überhaupt nichts. Wir können alle reinkommen. Wie Diablo 1 fuhr. Boah. Das waren noch nicht alle. Ey. Jetzt ist hier auch noch ein Gast. Scheiße. Ich bin weg hier. Ich hoffe der Ballert nicht genau hier rein. Ich hoffe der Ballert gleich nicht in das Tor. In mein Loch ballert der. Oh, boah. Hilfe. Ich geh lieber noch einen weiter rein. Scheiße. Mann. Oh, ich wurde auch gekillt. Oh nein. Jetzt müssen wir beide da hin. Weißt du, die waren erst mal angepisst auf dich. Und dann kamen die zurück und haben sich mich vorgeknüpft. Ey, ich weiß gar nicht, wer das soll. Ach scheiße, ich wollte die aus dem Portal rauskloppen. War das deine Schuld? Sind die jetzt so aggro? Ja, ne? Ja. Ja. Er rennt da weg. Nein! Was ist denn? Oh scheiße, ey. Ich bin auf die Sachen gesprungen. Das passiert halt auch nichts. Jetzt liegen ganzen Sachen da drin. Ja, vor allem voll viel. Meine ganze Ausrüstung. Alles. Ja, alles. Soll ich nehmen erst mal ein Holzschwert unten raus? Ich komme! Oh, 64 Eier. Boah. So, jetzt renne ich da rein und bring die alle um. Alle. Bei mir kommt schon einer. Boah, der ist ja schlau geworden. Krass. Soll ich auch hier mit der Hand irgendwo hin. Was schmeißt ich mit Eier? Ja, nur um die da runter zu nocken. Und um die ein bisschen anzubauen. Boah! Boah, der kommt noch von hoch gesprungen, hä? Haha. Sehr geil. Warte hin. Alles weg? Das ist mein Schwert ganz tief im Inventar drin. Ah, hier. Oh, meine Sachen habe ich. Echt? Achtung! Ja, ich habe es gekommen sehen. Lass uns hier abhauen, ey. Boah. Hölle ist nicht gut für uns. Ne, die Hölle ist wirklich die Hölle. Hauptsache hier ist jetzt ein Huhn. Ist doch nicht schlimm. Das stellt sich heute ins Portal. Ehrlich? Geht aber nicht, ne? Ne. Ne, ich glaube nicht. Der ist voll witzig. Ich habe nur deine... Ne, das ist ja meine Unterhose. Ja Mist, meine ganze Rüstung ist weg. Wurde kaputt geschlagen. Das war ein super Run, ey. Wie die uns abgeschlachtet haben. Aber es kommt nichts an den einen Run dran. Weißt du noch? Ja. Wo die von oben alle gleichzeitig runter gesprungen haben. Ja. Vorschlag. Sollen wir die Brücke dann nicht aus Cobblestone bauen? Einfach? Welche Brücke? Ja, ihr wollt noch eine Brücke bauen. Ja, weiß ich doch. Aus Cobblestone haben wir aber nicht dieses... Diesen anderen Stein haben wir doch auch, ne? Bricks? Also diese Brücke zu dieser anderen Insel. Genau. Die können wir aus Bricks machen. Aus Stein... Ziegeln meinste, ne? Genau. Ich meine jetzt erstmal eine frische Hose. Einen frischen Helm. Oder aus Ziegelsteinen. Insofern... Oh, 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 oh? Nein, den der mal aus Ton macht, den können wir uns nicht leisten. Davon haben wir nicht genug. Na eben. Das ist zu viel. Das bräuchte nur noch Schuhe. Dann nehm ich mal alles mit. Ich nehm mal die Bahn. Mach mir auch mal alles. Das sagt er jetzt, weißt du? Ja, das erklärt sich doch von selbst, oder? Nö, nö, nö. Ja, sicher. Guck dich an, du brauchst das nicht. Du stirbst auch so. Guck mal, hier draußen, ne? Sollen wir die Brücke nicht auch von da rüber machen, wo wir hier unseren Sprung nach unten haben? Achso, ja, wenn das genau passt. Fehlt denn auch bei, ne? Ja, also müsste eigentlich passen. So macht man dann links daneben, so von außen. Dann könnte man ja da hin. So, warte, ich packe mal das Eisen weg. Na toll, Diamantenschwert. Goldschwert, Golden Nuggets hab ich wohl viele, 17 Stück. Mein Gott. Ich hab zwei Bögen, ich glaube einer gehört hier, ne? Könnte sein. Pack das erstmal hier rein wieder. Wie breit machen wir die Brücke denn? Acht. Zwei, drei, acht. Nein. Boah. So breit wie das Haus. Mein Gott. Also willst du eine Plattform bauen, keine Brücke. Drei, vier, ne? Weil das passt dann nämlich, glaube ich, genau hier rüber. Ja doch, das wäre doch gut. Kannst du mich nicht schuppen. Ah, warte, hier sind alle Sachen. Ich hab ja dessen auch, auch Shift gedrückt. Aber ab. Ah, warte, hier ist noch was. Oh. Schade. Ich mach mir mal Steine, ich hab nicht genug. Ich hab gar keine Steine. Hier, ich, hier, ich hab welche. Komm her, hier. Dann komm ich wieder hoch. Da hast du sie. Ich hoffe, du meintest dieses Steine. Ja, durchaus. Ich glaube, ich baue erstmal einmal gerade hier rüber, dann kann man das schneller zubauen. Das würde ich gerne den Block unter dir wegmachen. Na. Da ist hier wieder so ein Bug drin. Dass man das nicht sieht? Ja. Ist doch cool, das ist unsere unsichtbare Brücke. Da geht's doch gar nicht mit Fackeln. So wie bei Indiana Jones. Du musst vertrauen. Ja, da ist schon eine Brücke. Lauft einfach drüber. Aber ich denke mal, wenn jetzt 1,3 rauskommt, dann sind die Bugs hier wieder weg. Ja, hoffentlich. Ich bin schon mit irgendeinem Plugin dadurch drin, oder beziehungsweise Mod. Die sollen immer nicht so viel an Eier kraulen, da bei Mojang. Ja, aber auch mal richtige Updates rausbringen. Nicht hier nur, ähm, irgendeine Scheiße. Eben. Gibt es zweifarbige Eier. Genau. Braune und weiße Eier. Und dafür brauchen wir so ein halbes Jahr. Machen wir da noch so eine Brüstung dran, ja, ne? Ja. Ach, da ist noch gar nix. Doch. Mach da mal ne Fackel da hin, du hast aber bestimmt eine bei, ne? Geil, ne? Bringt nix? Oh, ne. Wenn du die woanders hin machst? Puh. Ma, ey. Äh. Oh. landzb adolescene.